Herzlich willkommen zu Schule macht Daten. In diesem vierteiligen Online-Kurs nehmen wir das Thema Daten unter die Lupe und erkunden gemeinsam Impulse für die Unterrichtsgestaltung zu diesem Thema. Künstliche Intelligenz hat bereits unseren Alltag erreicht. In diesem Kontext haben Daten und das Thema Big Data auch für das gesellschaftliche Zusammenleben eine hohe Relevanz, weshalb uns diese Begriffe in unserem Alltag immer häufiger begegnen. Maschinen orientieren sich nicht an dem Lerntempo von uns Menschen, weshalb uns die Entwicklungen in dem Bereich so rasant vorkommen. Im gleichen Zuge wird der bewusste Umgang mit Daten, die sogenannte Datenkompetenz, immer wichtiger. Doch wie gelangen wir dorthin? Das Thema künstliche Intelligenz im Kontext von Daten befasst sich mit den Aspekten der Datenverarbeitung, der Datenvisualisierung und mit dem Konzept der algorithmischen Voreingenommenheit sowie das maschinelle Lernen. Ziel des Online-Kurses ist es, eine inhaltliche Hilfestellung bei der Erarbeitung der wichtigsten Konzepte zu dem Thema künstliche Intelligenz im Kontext von Daten, aber auch didaktische Empfehlungen für deine eigene Lehrpraxis zu geben. Zusätzlich zu den Videos erhältst du kostenlose und praxisnahe Unterrichtsmaterialien, die du im Bildungskontext mit einer Gruppe von Kindern und Jugendlichen einsetzen kannst. Die Inhalte eignen sich für die Sekundarstufe 1 und 2. Die Materialien folgen dem Ansatz des erfahrungsbasierten Lernens bzw. dem Lernen durch Begreifen. Das Selbermachen ist dabei zentrales Element. Das eigene Erleben findet den entscheidenden Punkt des Erkenntnisprozesses und hilft deswegen, das Gelernte nachhaltig zu verankern. Wir verstehen unsere Inhalte und Abläufe als Vorschläge, welche für den eigenen Kontext angepasst werden können. Wir empfehlen in allen Punkten wertfrei auf das Themenfeld Daten zu blicken. In der Rolle als LernbegleiterIn empfehlen wir auf Augenhöhe mit den Lernenden zu reflektieren, welche Bedeutung die Entwicklung in diesem Bereich für die Einzelperson und die Gesellschaft trägt. Erst durch die Auseinandersetzung mit dem Thema entsteht ein bewussterer Umgang. Denn durch das Begreifen von technischen Grundlagen und deren Zusammenhänge ist eine selbstbestimmte Nutzung überhaupt erst möglich. Diese didaktische Haltung soll ein besonders intensives Lernen ermöglichen, stellt aber auch hohe Anforderungen an den Lernbegleiter. Hierfür möchten wir mit diesem Angebot eine Grundlage bieten und sich bestmöglich bei der Umsetzung zeitgemäßer Inhalte im Unterricht unterstützen. Zum Thema Daten wurden vier Module konzipiert. Für den Einstieg in das jeweilige Modul ist keine Vorerfahrung oder besondere Ausstattung notwendig. Der Fokus liegt hier auf der Etablierung eines Grundlagenwissens, das anhand von einführenden Übungen aufgebaut wird. Auf Basis der gemachten Erfahrung setzen sich die Lernenden anschließend anhand konkreter Problemstellungen mit einzelnen Aspekten der künstlichen Intelligenz im Kontext von Daten auseinander. Sie trainieren eigene maschinelle Lernmodelle, arbeiten mit Datensätzen, erstellen Datenvisualisierung und programmieren eigene Sprachassistenten. Wir wünschen dir viel Spaß beim Online-Kurs Schule macht Daten. Vielen Dank!